Guten Tag. Tag, wie geht's? Was wollen Sie mir denn heute andrehen? Warner TV Film präsentiert ein XXL-Kinoticket, das jedes Film-Fanherz pöhr schlagen lässt. Zeit fürs Aufnahmeritual. Dreh dich um, ich mach den Reißverschluss auf. Bitte was? War nur ein kleiner Scherz. Die größten Blockbuster und legendäre Klassiker. Einfach großes Kino. Und wir alle können daran teilhaben. Also Popcorn raus und mit Fiebern. Na komm, los geht's. Halt, halt, los, los, los. Wir sind so eine Art Suicide Squad. Bruce Wayne trifft Clark Kent. Du bist ein verängstigter, herzloser, widerlicher kleiner Mann. Nominidomini, noste Jesu. Das ist das Großartigste, was ich je gesehen habe. Das war's, seid ihr zufrieden? Fahren wir. Die Highlights auf Warner TV Film.